Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Die Katastrophe ist eingetreten. Es ist katastrophisch. Flash floods. Wo es drohen weitere Unwetter. Durch den Klimawandel erleben wir eine Naturkatastrophe in den Jä. Und das auf der ganzen Welt. Das Wetter wird strömer. Neben Jüge gibt es ströme Hochwasser und Wasserknappheit. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Kernaufgabe der Menschheit. Die existierende Pegelmessinfrastruktur ist das Rückgrat unserer Katastrophenwarnung. Doch während der Katastrophe 2021 wurden die existierenden Pegelhäuschen einfach weggeschwemmt. Durch die Funkstille konnte die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt und evakuiert werden. So kamen über 180 Menschen ums Leben. Deshalb haben wir warm entwickelt. Wamo ist konzipiert, dass solche Situationen nicht mehr passieren. Eine schwimmende Plattform, die dank Satellitennavigation präzise über den Wasserstand informiert, auch bei Katastrophen. Durch ein Netzwerk aus Wamos werden über regionalen Wasserstände verglichen und wichtige Erkenntnisse früher gewonnen. Im Vergleich zu Pegelhäusern ist der Wamo siebenmal günstiger. Bei Unwetter kann der Wamo schnell zu einem anderen Ort transportiert werden. Durch Solar- und Funksysteme ist der Wamo total autark. Neben dem Wasserstand kann auch die Wasserkualität gemessen werden. In Zukunft kann der Wamo noch viel mehr. Seit über sechs Jahren arbeiten wir zusammen. Wir sind ein internationales Team mit den entscheidenden Kompetenzen und einer starken Vision im Kampf gegen den Klimawandel. Wir sind amtierende Galileo Masters Award Hessen und Gesamtsiege und konnten die MIT Innovation Awards gewinnen. E-Ray ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Weltraumtechnologie genutzt werden kann, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Start-ups Lösungen entwickeln können, Klimawandel zu verstehen und mit den Folgen zu arbeiten. Wir sind Partner von E-Ray Europa. Wir haben zusammengearbeitet, zum Beispiel im WOG. Wir haben einige Projekte in der Pipeline, hier in unserem Gesamtgroßprojekt Schlaues Wasser. Und da hoffe ich mich schon jetzt, auf E-Ray wieder zu freuen. Und ich denke, wir werden das auch wiederholen. Der Markt für smarte Wassermanagement-Lösungen entwickelt sich rasant und wächst seit Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten. Unsere Technologie bietet ein hohes Up- und Cross-Selling-Potenzial. Wir setzen auf ein Abo-Modell, das die Bildung langfristige Werte für unsere Kunden, unsere Investoren und natürlich für die Umwelt verspricht. Niemand sollte heutzutage noch an Hochwassern sterben müssen. Es ist an der Zeit, in unser Klima zu investieren. Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte und investieren noch heute in E-Ray.